Über Goethes Tod Karl Vogel, 20. März 1832 Erst den anderen Morgen um halb neun Uhr wurde ich herbeigeholt. Ein jammervoller Anblick erwartete mich. Fürchterlichste Angst und Unruhe Trieben den seit langem nur in gemessenster Haltung Sich zu bewegen gewohnten, hochbejahten Greis Mit jagender Hast bald ins Bett, Wo er durch jeden Augenblick veränderte Lage Linderung zu erlangen vergeblich suchte, Bald auf den neben dem Bette stehenden Lehnstuhl. Die Zähne klapperten ihm vor Frost. Der Schmerz, welcher sich mehr und mehr auf der Brust festsetzte, Presste dem Gefolterten bald Stöhnen, bald lautes Geschrei aus. Die Gesichtszüge waren verzerrt, das Antlitz aschgrau, Die Augen tief in ihre lividen Höhlen gesunken, matt, trübe. Der Blick drückte die grässlichste Todesangst aus. Pauline Hase an Alvine Hertel, 3. April 1832 Er ist in Ottiliens Armen gestorben, Und zwar hat der Atem so ruhig und sanft aufgehört, Dass sie den Moment des Todes nicht genau weiß Und noch in dem Glauben gewesen ist, Dass er Ruhe, als er schon gestorben war. Er mag sehr heiter noch gewesen sein, So hat er vor seiner letzten Stunde zu ihr gesagt, Nun, Frau und Zimmerschen, gib mir mal dein gutes Pfötchen. Und hat sie auch noch immer festgehalten, Bis sie endlich die Leiche hat loslassen müssen. Kanzler Friedrich von Müller An Bettina von Arnim Er starb den seelischsten Tod, Selbstbewusst, heiter, ohne Todesahnung, Bis zum letzten Hauch, ganz schmerzlos. Das war ein allmählich sanftes Sinken und Verlöschen Der Lebensflamme ohne Kampf. Licht war seine letzte Forderung, Eine halbe Stunde vor dem Ende befahl er Die Fensterläden auf, Damit mehr Licht eindringe.